Mit diesen Aussichten darf ich mich jetzt von den Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisart verabschieden. Schönen guten Abend aus Wien. Hier in UF2 geht es gleich weiter mit dem Kulturmontag. Martin Traxl hat die Themen für uns. Bei uns heute auch eine Nachbetrachtung der Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir haben mit amerikanischen Künstlern und Auslandsösterreichern über die Ursachen des Wahlausgangs und mögliche Auswirkungen auf das kulturelle Klima in den USA gesprochen. Außerdem ein Nachruf auf den großen Liedermacher Leonard Cohen, der wie kaum ein anderer Musik und Poesie vereinigt hat. Und Weltstar Placido Domingo live im Studio anlässlich seines Auftritts im Theater an der Wien. Bin schon gespannt, was er zu Donald Trump zu sagen hat. Gleich geht's los. Danke Martin. Nächste Nachrichten gibt's in der ZIP24. Die kommt noch einmal auf das Gewaltvideo zurück, über das wir berichtet haben. Und hat dazu Philipp Ikrat vom Institut für Jugendkulturforschung in die Sendung eingeladen. Kurz nach halb zwölf in ORF1. Aus der ZIP2-Redaktion war's das für heute. Schönen guten Abend noch. Auf Wiedersehen.